Rähme 11x Tipps und Tricks Versteckte Funktionen Hier sind einige Tipps und Tricks, die Sie in diesem Video lernen können. Es ist schwer, es zurückzusetzen. Werkseinstellungen Fingerabdruck hinzufügen Ändern oder modifizieren Sie das Telefonpasswort. Blockieren Sie eine beliebige Nummer. Telefonsprache ändern Aktivieren oder deaktivieren Sie den Dunkelmodus. So finden Sie die IP-Adresse. So finden Sie die E-Mail-Nummer. So aktivieren Sie, bitte nicht stören. So stellen Sie gelöschte Daten wieder her. Was tun, wenn Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer, PIN, vergessen haben? Was tun, wenn Sie Ihr Sicherheitspasswort vergessen? So machen Sie das Telefon schneller. So funktioniert das Update. Was tun, wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt? So schützen Sie sich vor Wasserschäden. So laden Sie YouTube-Videos herunter. Rähme 11x Jetzt werde ich es im Detail erklären. Wie führe ich einen Hard-Reset in Rähme 11x durch? Wenn Sie alle unerwünschten Daten wie Apps, Medien und Systemdateien entfernen möchten. Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte. Erste schalten Sie zunächst das Mobiltelefon aus. Indem Sie den Power-Knopf einige Sekunden lang drücken. Zweite. Drücken Sie nun einige Sekunden lang die Lautstärke-Taste und die Ein-Aus-Taste. Dritte. Lassen Sie alle Tasten los, sobald Sie das RE-ALME-Logo sehen. Vierte. Wählen Sie die Sprache mit der Lautstärke-Taste und bestätigen Sie sie mit der Ein-Aus-Taste. Fünfte. Wählen Sie Daten löschen. Sechste. Geben Sie den Bestätigungscode ein und wählen Sie nun das Datenformat. Um Ihr Smartphone gemäß den Werkseinstellungen zu formatieren. Wie führe ich einen Werksreset bei Rähme 11x durch? Befolgen Sie die Schritte, um einen Werksreset für Rähme 11x durchzuführen. Erste. Klicken Sie auf das Symbol, Einstellungen, um es zu öffnen. Zweite. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie zusätzliche Einstellungen. Dritte. Wählen Sie Sichern und Zurücksetzen. Vierte. Drücken Sie, Alle Daten löschen, Werksreset. Fünfte. Klicken Sie auf Alle Daten löschen. Sechste. Tippen Sie zur Bestätigung auf Daten löschen. Wie füge ich einen Fingerabdruck auf Rähme 11x hinzu? Wenn Sie den Fingerabdruckschutz auf dem Rähme 11x einrichten möchten, befolgen Sie diese Schritte. Erste. Klicken Sie auf das Symbol, Einstellungen, um es zu öffnen. Zweite. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Fingerabdruck, Gesicht und Passwort. Dritte. Klicken Sie auf Fingerabdruck hinzufügen. Vierte. Um einen Fingerabdruck hinzuzufügen, müssen Sie zunächst eine Sicherungsmethode für die Bildschirmsperre hinzufügen. Geben Sie also das Kennwort zweimal ein oder wählen Sie andere Verschlüsselungsmethoden aus. Fünfte. Legen Sie nun Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor des Telefons und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sechste. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Weiter. Wie ändere oder modifiziere ich das Telefonpasswort auf Rähme 11x? Wenn Sie Ihr bestehendes Passwort auf Rähme 11x ändern oder modifizieren möchten, befolgen Sie diese Schritte. Erste. Tippen Sie auf die App, Einstellungen, um sie zu öffnen. Zweite. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Fingerabdruck, Gesicht und Passwort. Dritte. Wählen Sie, Bildschirmpasswort suchen, und klicken Sie auf, Weiter. Vierte. Geben Sie nun das sechsstellige Passwort zweimal ein oder tippen Sie auf andere Verschlüsselungsmethoden und fügen Sie es hinzu. Fünfte. Klicken Sie auf Passwort bearbeiten, um Ihr aktuelles Passwort zu ändern. Wie blockiere ich eine beliebige Telefonnummer auf Rähme 11x? Wenn Sie eine Telefonnummer auf Rähme 11x blockieren oder auf die schwarze Liste setzen möchten, befolgen Sie diese Schritte. Erste. Öffnen Sie die Telefonwähler-App. Zweite. Klicken Sie auf die beiden Punkte in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Dritte. Klicken Sie auf, Zulassen. Vierte. Klicken Sie erneut auf den Doppelpunkt und nun auf Ausgewählte Regeln. Fünfte. Wählen Sie nun Blacklist aus, indem Sie darauf klicken. OK klicken. Sechste. Drücken Sie nun das Plus-Symbol und fügen Sie die Nummer hinzu, die Sie sofort sperren möchten. Siebte. Nachdem Sie Ihre Nummer eingegeben haben, klicken Sie auf Hinzufügen. Wie ändere ich die Sprache in Rähme 11x? Wenn Sie Ihre aktuelle Sprache auf Rähme 11x ändern möchten, befolgen Sie diese Schritte. Erste. Tippen Sie auf die App, Einstellungen, um sie zu öffnen. Zweite. Wählen Sie die Sprache und Region. Dritte. Wählen Sie Sprache und dann die gewünschte Sprache aus. Vierte. Klicken Sie auf, Fertig, um die von Ihnen ausgewählte Sprache zu bestätigen. Wie aktiviere oder aktiviere ich den Dunkelmodus in Rähme 11x? Befolgen Sie die Schritte, um den Dunkelmodus auf Ihrem Rähme 11x Smartphone ein- oder auszuschalten. Erste. Tippen Sie auf die App, Einstellungen, um sie zu öffnen. Zweite. Wählen Sie Anzeige und Helligkeit. Dritte. Tippen Sie auf den Dunkelmodus Schalter. Vierte. Drücken Sie erneut den Dark-Mode-Schalter, um ihn zu aktivieren. Wie finde ich die Telefon-IP-Adresse auf dem Rähme 11x? Um die IP-Adresse auf Rähme 11x zu finden, befolgen Sie diese Schritte. Erste. Tippen Sie auf die App, Einstellungen, um sie zu öffnen. Zweite. Wählen Sie über das Gerät. Dritte. Wählen Sie Status, um die IP-Adresse zu finden. Wie finde ich die E-Mail-Telefonnummer in Rähme 11x? Um die E-Mail-Nummer auf Rähme 11x zu finden, befolgen Sie diese Schritte. Erste. Tippen Sie auf die App, Einstellungen, um sie zu öffnen. Zweite. Wählen Sie über das Gerät. Dritte. Wählen Sie Status, um E-Mail-Details zu erhalten. Wie aktiviere oder aktiviere ich die Funktion, Bitte nicht stören, auf Rähme 11x? Befolgen Sie den einfachsten Weg. Um die Funktion, Bitte nicht stören, auf Rähme 11x zu aktivieren. Erste. Tippen Sie auf die App, Einstellungen, um sie zu öffnen. Zweite. Wählen Sie, Nicht stören. Dritte. Tippen Sie auf, Jetzt aktivieren. Um den, Bitte nicht stören, Modus auf Ihrem Rähme 11x Smartphone zu aktivieren. Wie kann ich gelöschte Kontakte oder Daten in Rähme 11x wiederherstellen? Wenn Sie versehentlich eine Nummer gelöscht haben und diese wiederherstellen möchten, können Sie ein sehr leistungsstarkes Tool namens E-SUS Mobisaver verwenden. Mit diesem Tool können Sie andere Dateien wie Filme, Fotos, MP3 und SMS wiederherstellen. Sie können dieses Tool auch zum Sichern Ihrer Daten auf Ihrem Computer verwenden. Was tun, wenn Sie Ihre Rähme 11x Pin vergessen haben? Wenn Sie die PIN vergessen haben, geben Sie die PIN bitte nicht mehr als zweimal ein. Da dies zur SIM-Blockierung Ihres Rähme 11x führt. Sie müssen sich an Ihren Dienstanbieter wenden und den PUK-Code anfordern. Um Rähme 11x zu entsperren. Was tun, wenn Sie das Rähme 11x Sicherheitskennwort vergessen haben? Wenn Sie das Sicherheitskennwort Ihres Rähme 11x Smartphones vergessen haben, können Sie jederzeit einen Hard-Reset versuchen. Allerdings gehen dabei alle Daten auf Ihrem Gerät verloren. Wie mache ich Rähme 11x schneller? Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihr Rähme 11x schnell zu machen. 1. Führen Sie eine unnötige App-Bereinigung durch und löschen Sie alle heruntergeladenen Apps oder Daten, die Sie nicht mehr verwenden. 2. Entfernen Sie vorinstallierte Apps Diese vorinstallierten Apps beanspruchen unerwünschten Speicherplatz, was Ihr Telefon langsamer machen kann. 3. Versuchen Sie, alle Ihre Mediendateien vom internen Speicher auf eine externe Speicherkarte zu verschieben. 4. Halten Sie Ihr Mobiltelefon auf dem neuesten Stand. Die stets aktualisierte Softwareversion bietet Leistungsverbesserungen und beseitigt die meisten Fehler, die Ihr Smartphone langsam machen. 5. Versuchen Sie, Ihr Smartphone einmal täglich neu zu starten. 6. Wenn Ihr Telefon immer noch hinterherhinkt oder sehr langsam wird, können Sie jederzeit einen Werksreset durchführen. Wie aktualisiere ich Rähme 11x? Befolgen Sie diese Schritte, um Rähme 11x auf das neueste Software-Update zu aktualisieren. 1. Tippen Sie auf die App, Einstellungen, um sie zu öffnen. 2. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Software-Update. 3. Laden Sie nun das neueste Software-Update herunter. Indem Sie auf die Schaltfläche, Jetzt herunterladen, klicken. 4. Tippen Sie nun auf Jetzt aktualisieren, um das Gerät auf die neueste Version zu aktualisieren. 5. Das Telefon wird neu gestartet. Bitte schalten Sie es während der Aktualisierung nicht aus, stellen Sie während der Aktualisierung sicher, dass Ihr Smartphone zu mindestens 70% aufgeladen werden muss. Was tun, wenn sich Rähme 11x nicht einschalten lässt? Wenn sich Ihr Rähme 11x nicht einschalten lässt, können Sie einige dieser Schritte ausprobieren. 1. Schließen Sie Ihr Rähme 11x zunächst an das Ladegerät und das Stromnetz an, um auszuschließen, dass der Akku schwach ist. 2. Wenn sich das Telefon einschaltet, ist das großartig. Wenn nicht, können Sie jetzt den ultimativen Komfort auf Ihrem Smartphone erleben. 3. Wenn Ihr Rähme 11x nicht auf das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen reagiert, liegt wahrscheinlich ein Batterieproblem, ein fehlerhaftes Motherboard oder ein Bildschirmproblem vor. 4. Da jetzt keine Optionen mehr übrig sind, sollten Sie sich an das Service Center wenden. Was tun, wenn das Rähme 11x ins Wasser fällt? Wie kann man es vor Wasserschäden bewahren? Sehen Sie sich die Tipps und Tricks zum Rähme 11x an, um Ihr Smartphone vor Wasserschäden zu schützen. 1. Wenn Ihr Rähme 11x ins Wasser fällt und sich ausschaltet, versuchen Sie bitte nicht, es sofort einzuschalten, um zu überprüfen, ob es funktioniert oder nicht, da dies zu einem internen Kurzschluss führen kann. 2. Bitte versuchen Sie nicht, Ihr Smartphone aufzuladen. 3. Versuchen Sie nicht, alle Tasten zu drücken, um zu sehen, ob sie funktionieren oder nicht. 4. Blasen Sie keine Luft in die Lade- oder Audioanschlüsse. 5. Am wichtigsten ist, dass Sie zum Entfernen des Wassers keinen Föhn oder eine Mikrowelle verwenden. 6. Wenn Ihr Telefon noch eingeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist. 7. Wischen Sie das Wasser mit einem Tuch ab. 8. Entfernen Sie die hintere Abdeckung, die SIM-Karte und die Speicherkarte und trocknen Sie sie anschließend mit einem Tuch ab. 9. Nachdem Sie die hintere Abdeckung, die SIM-Karte und die Speicherkarte entfernt haben. 9. Versuchen Sie, sie mit einem Staubsauger statt mit einem Haartrockner zu trocknen. 10. Da das Vakuum eine umgekehrte Saugkraft erzeugt und verhindert, dass Wasser weiter eindringt. 10. Sobald Sie sicher sind, dass das Wasser entfernt wurde, bewahren Sie das Mobiltelefon mindestens zwei Tage lang in einem Beutel mit ungekochtem Reis. 10. Auf. Anstelle von ungekochtem Reis können Sie auch Kieselsäurebeutel verwenden. 11. Nehmen Sie das Mobiltelefon nach zwei Tagen heraus und prüfen Sie, ob noch Feuchtigkeit vorhanden ist, nachdem Sie sichergestellt haben, dass Sie Ihr Smartphone jetzt bedienen können. 11. Wie lade ich YouTube-Videos auf Realme 11x herunter? 11. Um YouTube-Videos auf Realme 11x herunterzuladen, müssen Sie eine Drittanbieter-App namens TubeMate herunterladen. 12. Wenn Sie höchnenst. Untertitelung des ZDF, 2020